Das Konzept war natürlich, dass wir ein Grundstück vorgefunden haben, wo eine Baumreihe oder noch eine Art Wald hier durchging und dass wir ein neues Gebiet entwickeln oder mit dem Gebäude den Aufschlag gemacht haben für eine neue Entwicklung eines Gebietes, des Erweiterungsgebietes in diese Richtung, wo ja schon das Seltsam jetzt schon relativ schnell angedockt ist. Auf der anderen Seite, das Städtebausch-Konzept für das Gebäude innen ist, dass natürlich Elektronen-Lichtmikroskopie eben kein Licht haben soll. Im Großen und Ganzen und deswegen wir mit diesem Steg, das den Auftakt in der Erweiterung mit sich bringt, ein zweigeschossiges Gebäude haben, was genau diese Laborräume, die sich ja von extern abschirmen müssen durch die Temperaturen, die Feuchtigkeit, durch die Erschütterung und so weiter. Dass wir die eigentlich sehr gut unterbringen konnten, aber das Gebäude trotzdem, da wo es wichtig ist, wo das Leben spielt hier auf dem Campus, öffnen können für die Öffentlichkeit. Es gibt also einen schönen Übergang zwischen öffentlich, halböffentlich bis in die internen Zonen.